Musik Auch dieses Jahr heißt Synology Enthusiasten, Partner und Pressekontakte zum Jahreskongress willkommen, dem Launch-Event Synology 2017. 600 Teilnehmern werden die neuesten Produkte, Zukunftsvision und spannende Lösungen vorgestellt und sie entdecken die Technologietrends von morgen. Musik Ich finde es jedes Mal erfolgreich, weil es gibt viele Dinge, die Synology so entwickelt, die man in der täglichen Arbeit gar nicht so mitbekommt. Für mich sind sehr viele neue Produkte, neue Technologien dabei und das ist einfach toll, das Ganze zu sehen, dass eine Weiterentwicklung stattfindet. Es ist für uns sehr interessant hier teilzunehmen, da das Kundenklientel, das wir hier angreifen, sehr breit gestreut ist und das ist für uns sehr interessant, was wir aus den sonstigen Channel-Veranstaltungen so gar nicht kennen. Musik Wir können hier sehr, sehr viele neue Kontakte knüpfen, um eben auch unsere Produkte einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Musik Hier kommen Information, Unterhaltung und sogar große Gewinne zusammen. Musik Verpassen Sie nicht die Chance und seien Sie nächstes Jahr dabei, wenn es heißt Synology 2018 Auf Wiedersehen. Musik Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.